Grubi. Wird die aktuelle Wartezeit dann nie mit eingerechnet? Immer nur, wenn die Gruppe Leute dann einen Battleground gefunden haben? Boah, wir müssen das oberste Gemass gewinnen. So sei es. So sei es und so wird es geschehen. Auf immer, ewig und auch im Jetzt. Eisstrahl. Sagte Gott. Eine Leiche. Mutriger, sag mal hinaufkursen, das wird bestimmt witzig. Hey, Malmottis. Hey. Malmottis ist weg. Hey, Malmottis. Bist du mein neuer Freund? Malmottis, hey, hey. Can you do 10 Massages in 10 Sekunden? 10 Massages? Mhm. Dude, I don't have any skin. Ja, okay, danke für die Führung. Er ist Kandidaten des Herrn, dem unsere Arbeit gezeigt werden. Siehst du, wir sind die Ersten an der Scooby Rechenseite. Oh, das stimmt. Das passiert auch nicht. Die fleißigsten Guils ever. Das hätte ihm eigentlich auch fallen sollen. Oh, you dude. Die Dinge, die ich euch jetzt zeigen werde, dürfen niemals ausserpfen, wo daraus erwähnt werden. Die Welt wird unser Geheimnis schon bald genug erfahren. Ich finde, man sollte Folgeoptionen auch auf NPCs machen können. Hm, kann man nicht. So, welche Britney Spears bei you, Ryan, kommen zu Sachen wie Justin Bieber, Finally Meets, bla bla bla. Crying Celebrities, hm. Hier befinden sich die Lage für unsere solchen Kristalle, oder die unser Projekt nicht möglichst schwerer. Als Hörer, dass wir euch die Großtale unserer Vorwürde zu verdanken haben. Ja, und so stark. Das ist traurig. Und ist es eine gute Idee, um Microwave Gold zu verwenden? Ich habe mir jetzt tatsächlich angeguckt. Tövendlich schwachsinnig. Es gibt eine Metal-Version von Hit Me Baby, One More Time. Oh, Gott, oh, Gott, komm her! Komm her! Tövendlich schwachsinnig. Tövendlich schwachsinnig. Erste Video-Kommentar. Ähm, ich war hoch, als ich das gemacht habe. So, never mind this video. Ihr seid ja ein paar Träule, die uns dank eurer Hilfe heute, der Text war zu schnell. Wir denken, es wäre das Beste, sich hier zu positionieren, wo Sie Ihr bevorstehendes Schicksal vielleicht akzeptieren können. Das ist Ihr Schicksal, solch ein Blutträule zu sein. Die solche Schick hat langsam in Ihrem Körper und Schritt für Schritt werden Sie auf Ihre Umwandlung vorbereitet. Diese spezielle Vorbereitung gewährt Ihnen die einzigartige Kräfte, sehr viel mächtigere, als sie andere Werte hier erfahren hätten. Schon bald, ja bald schon, wird der Herr Ihnen die dunkle Glaube gewähren, welches Ihnen die Lage versetzen wird, dem Lichtkönig in allen Ewigkeiten zu dienen. Bleib so lange, wie Ihr möchtet, Kosmos, um den Frühstern auf Arbeit. Ja klar, ist das schön hier, da bleib ich. Für die Erfüllung der Pläne des Herren, war eure Eier. Mach es gut, tschüssi, Kosmos. Wo bist du? Ich habe mich geportet. Sporte mit. Das war totally mind-blowing, dude. Totally mind-blowing. So eine russische Führung habe ich immer gerne. Boah, wir haben das Geheimnis gelüftet. Voll mind-blowing. Meinst du, man kann die hier auch rufen? Hit me, baby, baby. Nö. Ich meine, das wäre alles. Guck doch mal nach den Lyrics. Ob da irgendwas von Heroes to Lyrics ist, steht. Boah, ich höre mir das gerade an, ja. Das Lied. Das Lied, ja. Achso, das Lied, ja. Das Lied, das glaube ich nicht. Aber vor zwei Monaten hat jemand einen Kommentar gemacht. Britney, lol, you're such a talented singer and dancer. Da dachten wir auch ganz neu im Geschäft. Fanboys. Na, wir kennen das. Boah, wir werden ihn besiegeln. Wen müssen wir töten? Dracura. Du, Kuro. Dracuro. Dracuro. Du. Dracuro-Schädel. Wo finde ich sie denn so in solchen, bitte? Man muss wahrscheinlich erst mit ihm im Kampf starten. Man kämpft oben gegen ihn. Ich bin bereit, doch zu begleiten. Und jetzt kommt's raus. We are true monsters. Schau mal. Du siehst du erst den solchen Typen, siehst du den zweiten, siehst du den dritten. So, klar. Kontakt mit... Meine Verkleidung versagt einer auch. Kontakt mit der Geisel vermeiden. Benutzt es jetzt. Pocko Ball flieg. Du musst dich irgendwie auf unsere Seite ziehen, oder? Ich hab einen. Ich hab einen. Du bist da. Meinst du, du schaffst das aber einfach? Das ist nicht dein Geist. Really easy nicht. Meine. Und ich bin top. Kuro, du solltest eigentlich sagen, dass sie uns helfen sollen. Haben sie nicht gemacht. Was hast du ihnen erzählt? Yo, guys. Deine Mutter ist fett und so und stuff. Achso, das hat übrigens der andere. Er könnte ja nicht so sein Approach gewählt, aber war scheiße. Weil er hat sich immer von Scooby abgeguckt. Und das Entscheidende hat er halt vergessen. Jetzt, man kann jetzt direkt den Fight hier nochmal starten. Jungs, ich setze zur Landung an. Aua. Hier ist ein Falter gegen den Kopf geflogen. Jo, guys. Wir kennen uns ja. Oh, Gott. Ich bin drin. Im Kampf? Nee. Draußen? Drinne? Drinne. Drinne. Ich auch. Drinne. Drinne. Sorry. Durch die Blockade bin ich geflogen. Komm, Scooby. Komm. Ich spreche mit dem Drackeratschauer. Ich spreche mit dem Bösen, Mann. Es ging einmal ein Böse, Mann. Warte mal. Ich sehe ein Video mit ihr in so einem roten Lackding. Also, das riecht bis oben zu, ne? Entschuldigung, mich freis. Ich habe noch nichts vom Mars gesehen. Entschuldigung, Scooby. Boah, der ist ein Typ im Raumanzüge. Ha, Scooby. Ha. Es könnte auch der Jupiter sein. Es kommt vom Mars. Der Jupiter hat doch nicht mal ne feste Oberfläche. Ach. Scooby, jetzt Konzentration. Das ist das Showbiz. Ich zeig dir, wie man sowas macht. Jetzt doch noch nicht. Okay. Kannst du ihn jetzt bitte angreifen? Ich habe ihn, ich habe ihn nur in Kontrolle. Hey, dude. Hallo, spinnst du? Ich nehm mir noch einen. Geht das? Oh, nein. Geht es denn mal los? Bei der haben wir das Quest gepackt. Sprich doch mal mit dem Mann. Wir müssen das anders machen, genau. Bei mir ist er nicht böse. Warum ist er bei dir böse? Weil ich Verkleidung weggemacht habe. Du kannst ja auch healen mit dem, ne? Mit dem Bot. solchen Blutinfusion, ne? Okay. Aber ich habe noch kein Damage, wirklich. Nein, ich wollte damit nicht angeben. Oh. Aber gut, ich hätte gerne mal den Weg genommen, mit einem meiner vielen Charaktere die große Macht her anzunehmen. Vielleicht hätte ich gewartet, bis der Licht ging, ist mir persönlich anbietet, aber... Die Macht anzunehmen? Ja. Er hätte ja gesagt, ihr hättet große Macht haben können. Man kann gar nicht die Wirki annehmen, das will. Ach, deswegen hätte ich es nochmal gern gehabt. Ach, Kolder, nein. Weg. Weg. Weg mit diesen Schmutz hingegangen. Ist dieser O-Bahn-Führer bei Toren? Weil ich bin's, weil... Du musst ja auch echt mal stunnen und so. Ich hab Stun auf Cooldown und mach voller Stoße auch. Ich heal ja schon so, wie ich kann. Wir haben ihn besiegt. Haben ihn einfach mal gezeigt, wo der Hammer hält. Also, ich hab schon Charaktere in Kata, also glaub ich kaum, dass es nicht mein Schicksal wurde. Ja, jetzt sehen wir mal, was Adas dazu sagt. Adas kommt nämlich, und dann kriegst du voll in die Fresse. Ich hoffe, du hast ja ein Popo eingesript. Was kann ich für dich tuschen? Ich hab Polizei gelesen, eben. Oder irgendwas machst du mit deinen Leuten, dass sie dich nicht sehr lieb haben? Aua. Bist du sogar tot? Warum hat er dich angegriffen, Kolder? Ey, hast du Kolder getötet? 27,89 Millionen? Oh nein, 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 nein. Schnell ins Portal. Vom Portal gestorben, Reds. Haben wir das Quest jetzt noch gekriegt? Oh, der Schäde, wir müssen ja wieder hoch. Der liegt da. Noch, glaub ich. Direkt bei diesem Portal. Oko Joker. Mr. Belief. In Heroes. They truly exist. Du meinst ein anderes Lied. Nein, das ist da. I can be your hero, baby. Nein, nein, das ist krön. Okay, warte. Vielleicht das nächste Lied, oder? Nein, du hast doch jetzt nicht ganz gehört. Ich hab's zweimal ganz gehört. Aber ich wurde auch immer abgelenkt von Kolder. Ja, weil da ist das drin. I am so irgendwas. Man muss wissen. Das ist ein Schädel. Tolliasi. Danach hab ich gepottet. Ich kann ihn nicht nehmen. Mensch, ich kann ihn nicht nehmen. Der Schädel ist weg. Ach, Kolder. Ich hasse dich so gar nicht hart, was Quest angeht. Gut, weil du ihn weggenommen hast. Wie lange er da war. Und du hast noch mit diesem Typen geredet und wieder seine Mutter beleidigt. Kolder, die Folge nimmt diesmal aber. Das, Kolder, ich muss Quest nochmal machen. Ach, wie? Na gut. Wie mach ich das? Sprich einfach nochmal mit ihm. Ich warte oben auf den Tisch. Wie geht das? Scheiße. Das Problem ist, dass ich so ein Zepter nicht mehr habe. Das Quest schon abgegeben. Ja. Dann dauert es ja noch länger. Also so viel länger auch nicht. Das ist ja auch für einen Spieler gedacht. Also ist es möglich. Ich glaube gar nicht, dass es für einen Spieler ist. Ist es. Er ist hier nicht mehr. Du musst ja auch mit ihm reden. Und lass seine Mutter wieder auszuspielen. Und lass seine Mutter wieder auszuspielen.